Untertitelung des ZDF, 2020 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 An einem Tag im August An einem Tag im August Als er ging Wie ein Dieb mit vollen Taschen Wie ein Soldat, der den Krieg gewann Schien es, als wäre sie tot Hoffnung war nun ein leeres Wort für sie Sehnsucht Sehnsucht, ein gut bekanntes Gefühl Liebe, die er meinte Ein Kinderspiel Ein Kinderspiel Untertitelung. BR 2018